Musik Liebe musikbegeisterte Menschen aus NRW, liebe Sängerinnen, liebe Sänger, wenn ihr Lust habt mitzumachen bei der großen Eröffnungsshow des NRW-Tags am 26.08.2016 an einem Freitagabend, dann meldet euch bei uns hier bei dieser E-Mail-Adresse, denn ich suche euch in einem großen Chor. Wir werden 70 Jahre Musikgeschichte NRWs mit den großen Hits der großen Stars singen und spielen, mit einer tollen Band, mit einem großen Orchester und tollen Solisten. Macht bitte und gerne mit! Vielen Dank!